So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go bzw. das Ausbeute-Video zum Viscora C-Day. Bei mir ist es jetzt 15.35 Uhr. Der C-Day läuft ja noch bis 17 Uhr. Ich habe aber natürlich wie immer 14 bis 15 Uhr gestreamt, eine Stunde unterwegs, das kann man sich nachträglich auf YouTube auch noch angucken. Wir haben unser Battle gemacht. Ich und Bubsi, Bubsi und Ich und Ich war total, oh mein Gott, denn sie hat das erste Shiny bekommen. Da habe ich gedacht, das wird nichts mehr bei mir. Wie es dann ausging, erkläre ich euch gleich. Ich zeige euch mal meine Ausbeute. Ich muss auch den Rest noch abholen von der Forschung. Ich fand, es war ziemlich spannend, weil Bubsi hatte das erste Shiny. Bubsi hatte aber auch das letzte Shiny. Kurz vor 15 Uhr, also ich sage mal 14.50 Uhr oder so, hat sie gesagt, nochmal Shiny. Und ich habe gedacht, wow, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann hat sie ja eh schon mindestens zwei Punkte. Wenn sie dann noch den Punkt für die meisten Shinies hat, dann bin ich weg. Wenn ich den Punkt für die meisten Shinies kriege, aber sie das erste und das letzte, dann habe ich auch verloren. Obwohl eigentlich die meisten Shinies ja mehr Wert haben müssten als das erste und das letzte. Du kannst ja das erste und das letzte haben, aber insgesamt eben nur zwei. Und in der Zwischenzeit fängt der andere einfach hundert Stück und die verlieren dann gegen zwei. Das kann eigentlich auch nicht sein. Ich möchte euch ganz kurz mal in meinem Tagebuch was zeigen, weil am Ende es nochmal richtig spannend wurde. Das hat man im Stream gemerkt. Ich bin gelaufen, ich bin gelaufen. Ich habe gesagt, okay, Shiny. Und Bubsi so, nein, jetzt hat der das letzte. Das war 14.56 Uhr. Ich tippe das nächste an. Shiny, war es wieder? Äh, also war ich wieder der mit dem letzten Punkt, ne? Dann kam ein anderes dazwischen und dann schon wieder Shiny. 14.57 Uhr. Also damit war mir definitiv der Punkt für das letzte Shiny gesichert. Bubsi hat da nichts mehr bekommen. Ich habe da nichts mehr bekommen. Das fand ich cool. Dieses Back to Back to Zwischeneingriff und dann nochmal Back. Das war... Hat Spaß gemacht in dem Moment einfach so überrumpelt zu werden. Wie viele Shinies habe ich denn jetzt aber insgesamt bekommen? Wenn wir hier mal drauf gehen auf Shiny, sehen wir hier steht. 6, 9, 10. 10 Shinies am C-Day heute bekommen in einer 1 Stunde. Ich habe ein bisschen was mit dem Go++ fangen lassen, solange wir am Anfang die Levelaufstiege durchgeflogen sind. Grüße an jeden, der da aufgestiegen ist heute und das mitgemacht hat. Die könnt ihr im Stream ja nachvollziehen. Ich habe viel dann ab der halben Stunde auch mit der Hand gefangen. Das Go++, wie ich im Tagebuch gesehen habe, hat am Anfang auch mal mindestens ein Shiny fliehen lassen. Aber das ist nicht so schlimm. Die meisten, da werde ich nämlich wahrscheinlich ihr wegschicken. Weil es sind halt C-Day-Shinies, die hat jeder. Braucht sie nicht. Wir können die C-Day-Shinies jetzt aber mal ganz kurz bewähren. Ich habe das hier hat 0 Sterne. Das hat 0 Sterne. Das hat 0 Sterne. Als ich die Aufgabe hatte, dass ich ein Viskogon heranzüchten soll, also dass ich was entwickeln soll, habe ich gedacht, ich nehme einfach das mit dem höchsten WP. Das war in dem Moment das. Dann habe ich das entwickelt. Denn in der Stadt waren eh ein paar Module an. Da war auch ein Regenmodul an. Habe ich mir das entwickelt. Aber wie ihr seht, 0 Sterne. Hier haben wir wieder 0 Sterne. 1 Stern. 3 Sterne. Also das ist das Beste wahrscheinlich, was ich habe. Aber ich fand immer nur das Level interessant. Der Rest war mir eigentlich wurscht. Jetzt können wir mal ganz kurz nach XXS gucken und sehen. Wir haben auch ein ganz, ganz kleines Viskora hier dabei in XXS. Wir haben kein großes in XXL dabei. Wir haben aber 4 XL dabei. Die können wir auch nochmal kurz bewerten. 0, 1, 0, 1. Also auch nichts Besonderes. Dann können wir eingeben, Alter 0 und Viskora. Dann sehen wir, dass wir heute 173 Stück gefangen haben. Das höchste ist hier mit 771 WP. Und das kleinste, das geringste ist hier mit WP 10 dieses. Also auch da alles dabei. Hier sitzt jetzt noch eine ganze Traube rum. Jetzt werdet ihr sagen, neue Location sieht man. Wenn ich es rumdrehe, sieht man, da drüben war der alte Block. Hier ist der neue Block. Das ist alles. Das heißt, ich komme nicht mehr an die Pokestops ran. Schade. Ich kann aber hier noch die Feldforschungsaufgaben abholen. Wir können im Spezial-Tab die letzte Seite noch abholen. Hier gibt es nämlich nochmal Hyperbälle, Silberne Sananabeeren, zwei Pokémon-Begegnungen. Hier ist noch eins mit 418 drin. Warte mal. Da sitzt ein Hunder da. Wir hatten 408, das war recht gut. Dann hatten wir irgendwann 414, das war ein 890er. Also müsste dieses ja ein 100%iges sein. Und es ist, es ist ein 100%iges aus der Spezialforschung von NetGhost. Denn NetGhost, guck dir das an, gefangen in der Spezialforschung. Das heißt, den muss ich mir auf jeden Fall wieder aufheben. Der heißt NetGhost, ich kann nicht schreiben, NetGhost 7, 9, zack. Danke NetGhost für das Ticket. Du siehst, es hat sich gelohnt. Ich habe sogar ein 100%iges, wie Scorer bekommen. Der kriegt auch jetzt hier einen Tag dran. So. Und, ja, den müsste ich eigentlich entwickeln, aber ich will den gar nicht entwickeln. Ich würde den gerne ein bisschen hochziehen. Ich pushe den jetzt einfach mal, weil das ist ein Andenken. Ich pushe den, soweit es jetzt gerade geht, auf 1064. Weiter kann ich nicht pushen. Egal, der wird auch nicht entwickelt. Der wird so gelassen als kleine, schleimige Schnecke, dass ich den nicht irgendwie verliere. Jetzt ist hier hinten aber auch noch was drin. Da sind nochmal drei Sonderbonbons. Hier sind 5500 EP. Hier ist ein ganzes Viskogon drin. Da möchte ich jetzt, da möchte ich viele Bonbons. Das heißt, ich mache so. Dann curven wir. Wann sieht man denn schon mal? Ein Viskogon in freier Wildbahn zum Fangen mit dem CD-Ticket. Alles möglich. Habt ihr das fette Teil gesehen? Das sieht wirklich krass aus. Jetzt gucken wir es uns mal an. Wir haben noch zwei XL-Bonbons bekommen. Das ist ein 96er. Auch ein 96er hier aus der Quest. Aber damit macht man ja nichts. Also eigentlich kann der weg. Aber der ist schön schleimig. Deswegen hebe ich den doch irgendwie gerade auf. So, das ist vorbei. Dann habe ich euch ja darauf hingewiesen, dass es im Heute-Tab diese kleine Forschung gab, wo ihr 10 Viscora fangen solltet und habt dann hier 1000 EP bekommen. Und dieses Regenmodul, das habe ich noch nicht eingelöst gehabt. Das mache ich jetzt hier für euch, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es das gab, weil ihr das ja braucht, um das zu entwickeln. Und jetzt, was wir auch zum Schluss immer machen, wir tippen noch jedes einzelne an, was hier sitzt, um zu gucken, ob da vielleicht noch ein Shiny direkt jetzt hier im Ausbeute-Video dabei ist. Und vier Sterne habe ich noch gar nicht eingegeben, ob vielleicht ein hundertprozentiges dabei gewesen wäre. Aber wir haben ja jetzt gerade ein hundertprozentiges Live gefangen aus der Forschung. Und das wusste ich auch vorher nicht. Ihr seht, ich habe es jetzt das erste Mal angedrückt gehabt. Da war es drin. 418 war der hundertprozentwert. Jetzt hier, ja, macht er rum. So. Fang, fang, fang. Das kann weg. Das ist nix. Ihr seht ja auch überall Gras. Das ist eben, rennst du rum mit einem Samsung zum Streamen. Jetzt bist du zu Hause wieder. Mit einem iPhone zum Ausbeute-Video aufnehmen. Jedes Mal ist der Bildschirm anders. Es fühlt sich anders an. Es wirft sich anders. Es sackt beim, gefühlt beim iPhone, sackt der Ball meistens einfach nur runter. Manchmal denke ich, das iPhone ist zwar flüssiger als das Samsung, aber irgendwie lässt sich es beim Samsung trotzdem besser werfen. So. Wie habt ihr so Erfahrungen? Habt ihr schon mal auf dem iPhone gespielt? Spielt ihr sonst immer auf Android-Gereden? Was ist euer absolutes Lieblings-Handy, wenn ihr Pokémon Go spielen wollt? Sind die jetzt alle weg? Hier ist noch eins. Ein einzelnes hier ist übrig. Beziehungsweise ist das gerade neu? Hier unsichtbarer Ball. Ist das gerade neu? Mann! Hier aufgetaucht! Das wird also auch noch weggefangen. Und jetzt können wir ganz kurz nochmal bewerten. Wenn wir Pfunddatum gehen und vier Sternchen eingeben und da seht ihr auch, NetGhost 1064, das ist das 100%ige, was ich in diesem C-Day bekommen habe. Dankeschön, NetGhost. Dafür, Power-Up kann ich nicht machen, da fehlen mir noch XL. Ich könnte ja gucken, dass ich alle, das können wir jetzt eigentlich auch schon machen, oder? Wir geben einfach mal Viscora ein. Viscora, gehen auf alle auswählen, gehen einfach auf alle verschicken. Zack! Und jetzt habe ich 30 Bonbons bekommen. Oh, ich habe mich noch gar nicht in Showcase gesetzt. Das wird bestimmt jetzt auch wieder Mist. So, kann ich es jetzt hochziehen? Nein, ich kann es immer noch nicht hochziehen. Wie viel bräuchte ich denn? 114 XL bräuchte ich insgesamt. Ich kann nur 34 anwenden. Hm. Da fehlt noch ein bisschen was. Das war trotzdem jetzt mein Ausbeute-Video. Vielleicht taucht ja hier noch was auf, vielleicht noch mal Rauch anmachen, irgendwas anderes. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Danke, NetGhost, für dieses 100%ige, für die Shinies und für die kleine Challenge mit Pupsi. Ich habe die meisten gehabt jetzt mit 10 Stück. Wenn ich die 3 vom Go++ nicht zähle, wären es 7. Pupsi hatte 6 Stück. Also hätte ich trotzdem auch so gewonnen. Aber sie fängt ja immer nur gechillt nebenbei. Ich immer mit dem Schnellfangtricks, die hat er weniger Stress hat, also weniger Encounter. Kann man ja auch nachvollziehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mal rein, wie war eure Ausbeute? Habt ihr einen 100er bekommen? Habt ihr Shinies bekommen? Wie viele? Oder reicht es eigentlich für Raider Mittwoch oder irgendwas? Bis zum nächsten Mal und ciao.